Februar! Chinesisches Neujahr! Und am Sonntag, Valentinstag. Es ist besser, Valentin zu machen, als zu kaufen! Wir finden heraus, warum. Eine Sillion Valentinskarten von Frank Modell. Martin's Lieblingstag war der 14. Februar, Valentinstag. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich die ganzen Valentinstag im Schaufenster kaufen, sagte Marvin. Das ist blöd, sagte Milton. Du hast keine Freundin, Girlfriend. Valentinskarten sind nicht nur für Mädchen. Valentins sind für jede Person. Alle Leute, sagte Marvin. Wenn ich Pilot wäre, würde ich ein großes Herz, ein Valentinswunsch am Himmel malen, mit dem Auspuff vom Flugzeug für die ganze Welt. Niemand hat mir jemals eine Valentinskarte geschickt, sagte Milton. Ha! Ha! Natürlich! Weil du schickst keine Valentinskarten an andere. Sagt Marvin. Milton antwortete. Ich habe kein Geld. Valentinskarten kosten Geld. Nein! Antwortete Marvin. Du kannst die Karten machen. Alles, was du brauchst, ist Papier. Mal ein großes Herz. Und so hast du Valentinskarte. Und so hast du Valentinskarte. Eine Karte für jede Person in der Nachbarschaft. Eine Sillion. Das sind sehr viele Karten, sagte Milton. Wir müssen gleich anfangen. Das dauert eine lange Zeit. Milton ging zu seinem Haus und holte Papier, Schere und farbiges Papier. Auch Wasserfarben und Pinsel. Marvin ging zu seinem Haus und holte Wachsfarben, Puntstifte und viel Papier von einer Box unter seinem Bett. Und sie fingen an. Große Herzen, kleine Herzen, dünne Herzen, dicke Herzen, Polkadot Herzen, gestreifte Herzen, rote Herzen an weißes Papier, weiße Herzen an rotem Papier. Ja, was machen wir jetzt, sagte Milton. Verschicken Sie an alle. Alle, sagte Marvin. Das ist blöd, sagte Milton. Dann brauchen wir Sillionen, Millionen, Trillionen Briefmerken. Stamps. Nein, sagte Marvin. Wir stecken sie unter die Türen von den Menschen. Ich mache diese Straßenseite, du machst die andere Straßenseite. Am nächsten Morgen fanden alle in der Nachbarschaft eine Karte unter der Tür. Omas, Opas, Kinder, Geschäftsmänner, Omas, Opas, alte Männer, Lehrerinnen. Alle freuten sich. Aber, Problem. Milton sagte, wir haben zu viele. Zu viele übrig. Yikes, wir haben zu viele gemacht. Nein, haben wir nicht, sagte Marvin. Mal. Meine Fächerin. Und sie wollen Valentinskarten schicken, mit der Post. Aber sie haben keine Zeit, die Karten zu kaufen. Und sie begannen, ihr Plakat zu machen. Selbstgemachte Valentinskarten, 5 Cent. Selbstgemachte Valentinskarten, 5 Cent. In einer Stunde, 60 Minuten, waren sie alle weg. Oh, alle weg, sagte Milton. Toll, sagte Martin. Milton sagte, ja, toll, aber ich wette, wir, du und ich, bekommen keine Valentinssachen von anderen Menschen. Marvin antwortete, oh ja, komm mit mir, ich zeige dir. Und sie gingen zurück zu dem, auf die Straße, zu dem Schaufensterplatz, mit der großen Box, in der Box und Schokoladen. Und sie brachten ihr Geld und sie rannten hinein und Marvin kaufte das große Herz voller Schokoladen und sagte, froher Valentinstag, Milton. Und Marvin antwortete, nein, Milton, antwortete, vor Valentinstag, auch an dich, Marvin. Und was haben sie dann gemacht? Oh, das ist gefährlich, das mag Frau Sleidam. Ich soll das nicht tun, weil ich tu das. Sie haben die Schokoladen alle aufgegessen. Zusammen. Und das ist eine meiner Lieblings-Valentins-Geschichten. Froher Valentinstag. Vielleicht kann ich noch eins lesen, aber nicht heute. Ich mache es. Vielleicht morgen. Tschüss.